Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Post bekommen von Kuchenmeister, die kennt ihr. Und viele von euch kennen sie auch ohne zu wissen, dass ihr sie kennt, denn die stellen auch für ganz viele Eigenmarkenprodukte her. Genau, und die haben mir dieses Paket zugeschickt, vermutlich weil sie sich erhofft haben, dass ich was vorstelle, denn ich wusste nichts davon. Und ich dachte, ja komm, machen wir es einfach mal. Ich habe die mal auf der ISM, also auf der Süßigkeitenmesse 2020, glaube ich war es. Genau, es war noch am Anfang, bevor Corona richtig losging, da hatte man schon so ein bisschen Angst auf der Messe, das weiß ich noch. Das war so traurig. Ihr wisst, wie die Menschen sind. Da war das so, da wusste man schon, dass diese Krankheit aus China kommt. Und die ganzen Abteilungen in den Hallen, wo die chinesischen Aussteller hatten, da waren keine Besucher. Die hatten schon Angst, da hinzugehen. Ja, das war eigentlich irgendwie ganz interessant. Und gleichzeitig können die Leute, die da waren, ja eigentlich auch nichts dafür. Aber gut, das ist dann natürlich auch Denken von Menschen, dass man dann da vorsichtig ist, was dann ja wiederum auch okay ist. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Okay, darum geht es aber eigentlich gar nicht, sondern ich habe eben dieses Paket bekommen. Wir wollen das zusammen auspacken und mal schauen, was da so drin ist. Ich habe ganz grob ein, zwei Sachen gesehen. Das meiste weiß ich selber nicht, was drin ist. Und schauen wir mal unten, probieren auch mal vielleicht zwei Sachen davon oder so. Und ihr seid wie üblich angehalten, eure Meinung zu Kuchenmeisterprodukten gerne mir mitzuteilen. Denn ich gebe zu, ich habe jetzt auch noch nicht alle Sachen von denen probiert. Das berühmteste ist, und das hole ich jetzt einfach mal von unten raus, weil das hatte ich schon irgendwo gesehen. Das berühmteste ist sicherlich das hier, die ich auch schon als Kind gegessen habe, die Koala. Wobei ich gerne mal wissen möchte, ob die, die wirklich schon immer hergestellt haben. Als Kind habe ich natürlich noch nicht darauf geachtet. Da war ich ein unbedarftes Kind und habe nicht Food geblockt. Jedenfalls Food geblockt. Gefoodblockt. Food geblockt. Was für ein Quatsch. Geblockt. Und ja, die sind auf jeden Fall richtig cool. Das ist wirklich immer noch so ein Kindheitsding von mir. Freue ich mich, dass die da drin sind. Mag ich sehr gern. Ich weiß gar nicht, ob ich sie euch schon mal vorgestellt habe. Vielleicht machen wir sie gleich mal auf. Dann hier etwas, was ich gesehen habe. Und da weiß ich gar nicht mehr, ob ich die probiert habe. Vielleicht gar nicht. Koala mit Milch. Und zwar Koala im Zauberwald mit Willi Weisheit, Zora Zauber, Fenja Fee und Emma Einhorn. Ach nee, und dann gibt es auch noch Dragono, Emil Elf, Merlin Magisch und Robert Ritter. Ja, sehr, sehr cool. Sympathisch sowas. Als Kind hätte ich mich darüber gefolgt. Ich glaube, liebes Kuchenmeister-Team, ihr guckt bestimmt dieses Videos. Kann ich mir vorstellen. Schließlich, ja. Ich glaube, es werden Leute dieses Video gucken, die mit Kuchenmeister in Zusammenhang sind. Von daher, ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher auch Spielfiguren drin waren. Ich weiß nicht mehr genau was. Bitte mal ein Statement. Warum gibt es keine Spielfiguren mehr? Obwohl, wahrscheinlich würden sie es gar nicht ehrlich sagen. Sondern eher sowas, ja, der Markt hat kein Interesse mehr gezeigt. Und in Wirklichkeit hat es einfach zu viel Geld gekostet oder sowas. Deswegen sind auch Ferrero-Eier nur noch aus billigstem Plastik, statt aus diesem Kunststoff da. Okay, aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Wir gucken mal, was hier noch drin ist. Kuchenmeister-Muffin, Stracciatella in vegan. Oh, das ist schön, vielleicht für ein Video. Und so zwei, ein, zwei Sachen kann man nochmal so fünf Dinge, die hier rumfliegen, Video anschauen. Also vegane Muffins, Stracciatella. Dann Double-Shocken-Vegan. Ich wusste gar nicht, dass die auch Muffins haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall einen Blick wert. Was gibt es hier noch? Schokokuchen mit Zartbitter-Schokolade, also so kleine Minikuchen. Auch sehr fein. Ich habe neulich noch daran gedacht, dass ich mal wieder Bock auf einen Zitronenkuchen hätte. Lemon Cake, wobei man hier ganz klar sagen muss, Schokoschicht auf einen Zitronenkuchen, nein. Da gehört einfach Puderzucker drauf oder so eine Zitronenzuckerglasur. Schokolade ist da fehl am Platz, muss ich euch meiner Meinung nach ganz ehrlich sagen. Backtradition seit 1884 hin oder her, aber ich finde nicht, dass Schokolade auf einen Zitronenkuchen drauf gehört. Ist zumindest meine Meinung. Und, ja, hier ist sogar noch eine Sache. Stollenkonfekt. Ich meine, hallo, Stollenbytes. Das ist dann jetzt fancy. Schau mal, langsam für Weihnachten. Könnten wir vielleicht, woher nicht, nee, kann die auch nicht aufmachen, das kann die machen. Also jetzt schon ein Stollenessen mit Marzipan. Ich habe mal Stollen selber gemacht. Das war so eine scheiß Arbeit, dann hat das eben nicht besser geschmeckt als woanders. Ja, cool. Ich würde sagen, wir wollen jetzt mal zwei Sachen ausprobieren, uns mal genauer an. Vielleicht nehmen wir die Koala-Milch und den Double-Shock. Ich glaube, den Kuchen, den kleinen, den hatte ich auch schon mal irgendwo vorgestellt. Ja, gucken wir mal. Eigentlich müsstet ihr jetzt hier den Stracciatella-Muffin sehen. Doch, weil die Videodatei aus irgendeinem Grund nicht mehr auf meinem Smartphone ist, muss ich diesen Teil jetzt nochmal machen. Und auch wie ich ihn nachher probiert habe, wundert euch also nicht, dass ich gleich ein anderes T-Shirt anhabe als noch vor zwei, drei Minuten. Weil einfach schon zwei Tage vergangen sind. Ist mir dann erst aufgefallen, als ich das Video zusammenfügen wollte. Muffin-Stubble-Shockung und dafür an der Stracciatella. Der war lecker, schöne dicke Stücke. Fazit war, ja, war saftig. Hat mir gefallen. Man merkt natürlich so ein bisschen, dass so ein Produkt ist, was monatelang haltbar sein muss. Es hat so ein bisschen Feuchtheitemittel, Glycerin drin. Was positiv aufgefallen war, das wird hier sicherlich nicht anders sein. Dann Rapsöl statt irgendwie so Palmfett. Auch besser als Sonnenblumenöl. Hier, wie gesagt, das Feuchtheitemittel. Elf Prozent Schokoladenstüchchen. Und der hat jetzt irgendwie auch nicht vegan geschmeckt, so pflanzlich, gemüsig, sag ich jetzt mal. Sondern der war wirklich, der war lecker und schön dicke Schokostückchen. Geil wäre es bestimmt, wenn man den nochmal so auftoastet. Antoasten ist alles geil, da seien wir ganz ehrlich. Hier habt ihr die Nährwerte von dem hier. Ist natürlich eine Süßigkeit. Da bin ich sehr gespannt. Der Stracerteller, der war nicht ganz regelmäßig gebacken, musste ich bemängeln. Der war so ein bisschen, wie soll ich das sagen, der sah aus wie der hier. Auch so hier. Guck mal, ich will das so nicht. Das soll bitte symmetrisch sein, wie so ein Pilz und nicht so. Das ist nicht irgendwie von mir eingedrückt. Man sieht, dass das hier nicht eingedrückt ist, sondern irgendwie ist das so gebacken. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ups, so, der fällt hier nämlich auch schon wieder auseinander. Habe ich auch ein bisschen gemeckert, die waren nämlich ein bisschen bröselig, die Sachen. Schokostückchen haben wir hier überall drin. Das könnt ihr zum Beispiel gerade in der Bildmitte sehen. Also das ist reichlich drin. Die hier, da habe ich die Packung noch. Wir tun jetzt mal so, als ob ich die... Oh nein, der ganze Gag ist weg. Fällt mir gerade ein. Oh nein. Da war ein bisschen Spielzeug drin, womit man so rumschießen konnte. Da habe ich da wie so ein Kind mit rumgespielt. Dann ist das Ding vom Balkon geflogen. Oh Mann, ey. Fällt mir gerade mal ein. Also hier die nette Packung, Zauberwahl, das finde ich ganz schön. Knussberkekse mit Milchcreme. Und ich meine, muss ich dazu noch irgendwie was sagen? Natürlich sieht es toll aus. Natürlich sieht es toll aus. Da gibt es auch verschiedene Motive. Die fühlen sich auch irgendwie so... Ich weiß nicht, ich mochte es schon immer, wie die sich angefühlt haben. Wie als ob so ein bisschen Mehl drauf ist oder so. Hier unten waren die Zutaten, Nährwerte, Milchcreme, sogar Sahne, Pulver drin. Da soll sich herausstellen, dass das ziemlich lecker ist. Denn ich habe sie schon mal gegessen, vor zwei Tagen. Hier habt ihr die Nährwerte, Kakaobutter, Milchcreme. Feine Sache. Ach Mann, also hier war so ein Spielzeug drin. Ich habe mich ja erst beschwert, dass nichts drin ist. Es war auch keine Figur drin, sondern so ein Schießding. Das hat dann beim zweiten Mal so gut funktioniert, dass es vom Balkon geflogen ist und irgendwo jetzt da unten liegt. Nun denn, wie ist die Füllung? Oh nein, der arme... Wir müssen Ihnen jetzt leider den Kopf absägen. Die Füllung sieht nach reichlich Füllung aus. Das ist so knusprig. Ein dicker Knuspermal. Und die schmecken wirklich richtig, schmecken wirklich richtig sahnig. Sehr lecker, sehr süß. Und das Aroma schmeckt richtig toll, so milchig. Also der Name hält schon, was er verspricht. Ich finde die richtig gut. Jetzt kommen wir zu dem veganen Schokomuffin. Boah, noch besser als der Stracciatella. Richtig schön schokoladig. Auch ab und zu dann so Schokostücke drin. Kann man jetzt hier vielleicht ein bisschen erkennen, diese Schokostückchen da drin. Sehr, sehr lecker. Die anderen Sachen, die klassischen Koala brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Die sind natürlich auch lecker. Mein Highlight ist vielleicht jetzt auch dieser Schokomuffin hier. Oder vielleicht auch die hier, weil die schmecken halt, wonach was draufsteht. Das finde ich sehr, sehr gut. Ansonsten könnt ihr mir mal eure liebsten Produkte von Kuchenmalz oder einfach fertig. Kuchen muss ja nicht so eine Werbeveranstaltung sein, wobei es das irgendwie fast schon ist. Habt ihr kein Geld für bekommen? Keine Angst. Das heißt, keine Angst. Selbst wenn, würde ich euch immer noch meine Meinung sagen. Aber die habe ich ja zugeschickt bekommen. Von daher, trotzdem, ehrlich gesagt, ich finde die Sachen lecker. Aber ihr dürft gerne auch andere Sachen in die Kommentare schreiben. Und wenn euch was bei Kuchenmalz ja nicht gefällt, schreibt auch das in die Kommentare. Wir sind ja alle, wir sind ja schließlich ein Testkanal und kein Ich-Es-Sachen und finde sie toll. Eure Kanal. Mh, lecker. Okay, wir sind durch mit dem Video. Herzlichen Dank für's Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.